und heute herzukommen auf den ganzen gaming und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde fortheit diesmal nicht in lego vor ein sondern rocket racing ein neues ja ein neuer modus den man jetzt in fordheit auch zocken kann man kann anscheinend hier auch zu viert also angenommen zu dritt bitte freunden stein dieses spielheit spielen ich würde sagen ich mache mich hier bereit und wir legen los ich mache kurz ein karton gesehen uns wenn wir drinnen sind wir sind drin und in fünf sekunden geht es los ich habe absolut keine ahnung wie man gas gibt denk mal so dann 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 let's go okay jo so dürften man okay okay muss ich muss mir erstmal hier ein bisschen so gucken wie das ja alles funktioniert ja okay okay ich weiß gar nicht auf welchem platz wir sind ist aber auch ganz egal gerade ja 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 es hängt nein scheiße ah kacke kacke ich glaube ich bin jetzt komplett ich bin sechster ja scheibenkreis komm wir müssen irgendwie noch hier aufholen jetzt zack 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 am dritter sind wir jetzt okay schaffen wir schaffen wir bam let's go und da ist das ziel und wir sind ja dritter immerhin dritter platz also erste runde dritter platz geil also meine erste runde war schon geil wir sind einfach dritter geworden ja das lässt sich doch sehen das lässt sich doch sehen wir machen auch direkt das nächste rennen würde ich sagen zu aller rang sind wir bronze 1 aha so natürlich nächstes rennen direkt hier wir sind auf dem dritten platz geil ob das war jetzt einfach auch nur weil ich halt wie gesagt dass die erste runde ist also irgendwann wird es halt natürlich schwerer denke ich mal beigetreten 2 von 4 wir haben natürlich auch noch dieses standard auto hier standard auto so wie der hier rechts neben mir so wir müssen tatsächlich noch warten okay jetzt sind 4 von 4 hier beigetreten geil okay es geht los in 5 sekunden let's go die kenne ich noch gar nicht okay jetzt und go nein nichts passiert nichts passiert hindernisse gibt es jetzt hier wie springt man mit a ja okay preise wurde geröstet ja okay ja okay 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 das auf jeden fall deutlich schon später spiel zu spielen okay jetzt habe ich so langsam raus wie das hier geht wohin denn okay komm schon okay wir sind tatsächlich vierter ja gut okay 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 wir müssen jetzt unser bestes geben hier let's go let's go let's go let's go let's go dürfen wir jetzt nichts falsch machen so ja 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 oh mein was wir sind sogar erster ich habe gedacht wir sind zweiter oh mein gott Das war jetzt gerade wirklich eine geile Runde. Let's go! Erster Platz sind wir. Was? Geil! Ich bin das erste Mal einfach erster Platz geworden. Das lässt sich doch sehen. Wir können hier mal kurz gucken, wie der Letzte jetzt hier noch in den Dingsbums reinfährt. Keine Ahnung, was bei dem falsch ist. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt auf den Warten kurz. Das ist schon geil, das ist schon geil. Man kann sich sogar jetzt an die Wände und sowas Dingsen anscheinend. Geil, geil, geil. Ich muss sagen, ist auf jeden Fall ein geiles, geiler Modus. Ist schon ein geiler Modus, muss man sagen. Also macht schon Spaß, dieses Spiel zu spielen. Okay, so ein nächstes Rennen natürlich. Wir sind Level 3, ja schön. Boah, ist schon ein geiles Game. Also, eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Also, wenn wir jetzt wieder Erster werden, wird es natürlich geil, ne? Wird es geil. Es gibt auf jeden Fall hier auch wahrscheinlich noch gar keine Sicht, also übelst die Sucht da in diesem Modus. Weswegen es einfach noch relativ einfacher ist, irgendwie zu gewinnen. Keine Ahnung, denke ich mal. Ähm, ja. So. In 5 Sekunden geht's los. 3 Runden gibt's natürlich wie immer. Let's go. Boah, das macht übelst Bock, dieses Spiel zu spielen, muss ich sagen. Ah, scheiße, ich hab kein Gas gegeben. Gut, wir sind jetzt wieder komplett letzter fast. Scheiße, ich hab den Dings nicht geholt. Okay. Oh, jo. Okay, 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 wir sind wieder Erster tatsächlich. Ich glaub, das wird aber nicht so lange... ...bleiben, weil... ...wie ich gerade fahre, ist ja absolut schlecht. Okay. Okay, okay, okay. Ah, jetzt hab ich so langsam auch mit dem Dürfen raus. Okay. Das weiß ich auf jeden Fall auch so langsam, wie man dürften muss. 2 von 3 sind es tatsächlich schon. Jo, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Gut, gut, gut. Wir sind wieder Erster, aber nicht lange. Weil die Ersten kommen wahrscheinlich gleich schon wieder mit ihrem Boost. Macht aber nix. Okay, hier ist ein Boost. Den nehmen wir mit. So, und let's go. Jetzt haben wir den Boost. Jetzt haben wir den Boost. Scheiße, ich bin gegen die Wand gefahren. Macht aber nicht so viel aus. Drei Runden, also noch eine Runde, gibt's glaub ich gleich. Nein, bitte komm nicht zu mir. Ja, er ist wieder bei mir. Er ist wieder bei mir. Dieser Bromax ist auch ganz gut, muss ich sagen. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall sehr weit vor mir. Komm, wir müssen ihn einholen. Wir müssen ihn einholen. Müssen das jetzt schaffen. Scheiße, 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 scheiße. Ja, wir sind wieder Erster, aber ich glaub nicht lange, weil er wieder hinter mir ist. Oh, und da kommt er wieder. Ja, wir sind jetzt Dritter sogar. Ja, das wird nicht gut, das wird nicht gut. Da kommt er wieder, ja. Ja, der hintere mir ist auch schon wieder langsam da. Okay, okay, wir sind tatsächlich gerade Zweiter. Jetzt sind wir Dritter. Jetzt sind wir Dritter. Oh, jetzt sind wir wieder Erster, jetzt sind wir wieder Erster. Wir sind wieder drin, wir sind wieder drin. Aber die kommen schon wieder, man sieht sie. Ja, der eine, der kommt jetzt ganz nah. Ja, ja, ja. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Boah. Uh, uh, das wird knapp, uh, das wird knapp. Es wird knapp, es wird knapp. Ich bin Erster. Nein, ich bin Zweiter, nein. Boah, warte, ich will jetzt sehen, wie, wie, wie knapp das war. Was? Ne, warte. Drei Sekunden vorher war er da. Nein. Nein, Leute, nein, nein, nein. Aber es hat trotzdem, es hat trotzdem geklappt. Also das war wirklich eine geile Runde diesmal. Hat auch mehr Bock gemacht, also mehr Bock, als wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit nur gewinnen würde. Aber man muss wirklich sagen, wir gehen ja auch mal kurz auf Rangzusammenfassung. Ähm, gehen wir doch nicht, weil es dauert länger als gedacht. Aber was? Drei Sekunden und ich wäre Erster gewesen. Na, naja, kann man nichts machen, ne? Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, kommentiert das gerne. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Würde mich halt wirklich sehr freuen. Aktiviert den, äh, aktiviert die Glocke, damit ihr keine mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao.